ja herzlich willkommen liebe freunde bei uns auf skyly fans und co ich begrüße euch und an meiner goldenen seite habe ich mal wieder kinkabell natürlich hallöchen grüße euch jawoll ja wir wollen mal wieder battlecast spielen ja ja gleich 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 mein schatz gleich erstmal kommt noch mein tagesdreh ne also ganz ruhig ganz ruhig so und ich höre mal wieder nix ja klar hier na was haben wir heute bestimmten aufstieg oh nein eine reliktkarte von maske meins gefängnis okay tausche zu beginn deiner runde den gegnerischen charakter mit der geringsten gesundheit ein und plage ihn für 20 schaden jetzt wollte ich euro sagen okay okay damit habe ich nicht gerechnet super so und was haben wir noch schnell im laden äh die haben wir alle okay äh aufstieg war ja klar noch ein aufstieg na und ein aufstieg jawoll jawoll jetzt auch anders sein können ja krieg ich auch nur noch ja aber ich hab mir noch eine reliktkarte gekriegt hau so oh ja da ist die macke das ist das erste mal das ist wenn der auftritt ja das update was rausgekommen ist ist für die tonne das hätten sie gleich wieder einstecken können mehr viel hat drunter als vorher okay jetzt zeichnen ton endlich hingekriegt super okay dann lade ich dich mal ein mausibärchen ah ja ist angekommen so naja gut ähm äh pass was ja da war ganz kurz bei mir jetzt nur da das ist auch eine macke die eingefügt wurde ja ohne sprechblase äh die sprechblase ist schon da aber ohne inhalt ja ohne text ja eine leere sprechblase so wo bist du denn guck guck ja ich hab gerade ausgebild hallo warte auf deinen freund ah ja 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 äh spyro hat eine kleine zitterrei das ganze spiel hat eine macke wie gesagt das update hätten sie eine tonne schmeißen sollen äh ja weil es nämlich kein update ist sondern eine verschlimmerung aber das ist ja alles was wir können das war einem so äh nein wir beklagen uns jetzt nicht wir spielen jetzt was alles hat dir vorerst na ich ärgere mich dass du würdest gegen eine runde na toll so du bist dran ja naja ist ja ganz gut so ja naja ist ja ganz gut so ja naja ist ja ganz gut so so weiß ich schon wenn du da mindestens glaube ich eine ausrüstung ziehst oder ein relikt oder sowas dann müsste glaube ich was auftauchen ich glaube da so ein kleines graues hens da äh zum so fast wieder voll ich trau schon mal so ja dann bin ich ja wohl dran ne hm glaub ich zumindest schön wenn du glaubst ich zieh mich zurück ich will gewinnen ich will gewinnen wooo gib her gib her tsch so so ok was richtig kann angegriffen werden äh ok äh ja klar ja diese grauen kleinen grauen dinger die sind aber wie sagt das ein wunder dass da ein text drin steht äh ja aber so trotz ich komme mir gerade vor wie ne bb grundschule sowas das jetzt mit dem rhein eine erklärung geben muss ja äh als das rauskam gab es gar keine erklärung naja gut man hat ja das trainingswunschlück gehabt hat ja ja reicht ja endlich Was soll das? Wo nimmst du das ganze Zeug her? Ah ja. Bist du bald mal fertig? Ich habe auch gerade... Hat der Lust nicht angenommen. So. Jetzt aber. Ja. Okay. Ja, okay. Will ich gleich rein nehmen. Ja, super. Ja, finde ich auch. So. Ich nehme das Domblet. So. Das Gemeine ist, du kannst ja meine Karten sehen, aber ich nicht deine. Könnte ich, wenn ich da hingucke, aber das mache ich ja nicht. Ähm... Ende der Runde! Kampfbereit! Achtung! Ey, du... Stinky! Ich bin in Farb! Freche Mops, du! Lässt du mal meine Gesundheitskiste da stehen! Glaub ich ja. So. Der Nächste, bitte. Das ist ein richtiger Stinky. Ja, toll. Ist doch nicht zu schlöpfen. Ah! Achtung, meine Güte. Ich habe ja nur einen Angriff. Ja, ich habe ja dafür gesorgt. Du bist doch... Kannst du mit einer Karte irgendwie... Äh... Ja, glaube ich. Geht auch nicht. Wir haben bei 300 die wesentlich wenig angerichtet. Ja, ich weiß. Ich habe da mein Schutzschild drauf. Zeit für den Kampf! Ähm... 5, 5, 5, 5... Was tun wir hier? Triff, ähm... Geh, ähm... Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. So, komm mal hier, mein Baby. Gib mir mal deine Karten! Zeit für eine Auflage! Jetzt geht's ab! Äh... So, das ist sehr schön. Das ist wunderbar. Du frisst Gold! Jawoll! Ich beiße gleich. Das ist sehr schön. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Super. Jetzt kommt der her. Aufstieg! Och, Manu! Ich wollte gewinnen! Sehr schön. Das ist ja echt fies. So. Null Krisele. Naja, gut. Null Krisele. Trigger Heavy Card, die war gerade cool. Hm. Ich hab ein gutes Gefühl. Oh, der scheiß Ding schon wieder. Ich werde zusehen! Ich bin dabei! Äh... Ich hab nichts wohlmütig. Okay. Ich dachte, das zeigt, da gibt es auch hier plus 20. Ich hab schon eine Gesundheit gesunken. Ich wollte eigentlich gar nicht Spyro haben. Cool. Das ist gut. Das ist gut. Toll. Okay, dann wollen wir mal gucken, was wir hier machen. Hm... Was? In dieser Runde Extrakraft in Höhe der Kraft? 70. Oh ne, mein Jobbacker hat nur 30 Angriff. Das ist miserabel. Das geht nicht schnell. Dann mach ich das mal hier. So. Och Mann! Oh! Und dann mach ich einen auf diesen hier. Dann losste ich mal die Kanne weg erstmal. Ich entfessele Dunkelheit. So. Dann losste ich mal. So. Dann losste ich mal. So. Jo. Dann kann der nächste einreiten. Jo. Nur 30, nur 80 Gesundheit. Gefällt mir. So. So. Und dann losste ich mal das Reißen. Ja, ich muss jetzt überlegen. Ja! Ok. Ich bin richtig stinkig. Ich krieg auch keinen Reliktzerstörer. Ich leider auch nicht. den ich auch gebrauchen kann. Nee, du nicht. Ich. Ich werde jetzt richtig stinkig. Das war die Glocke! Ich werde gewinnen! Ich werde jetzt richtig stinkig. Was sowas von. Was macht er jetzt hier? Och mann! Ich weine gleich. Was ist das denn? Hm, mega fies würde ich sagen. Ja schön, dass du es einsiehst. Das bringt mir jetzt auch sehr viel. Ich habe gute Karten bekommen. Kann ich nicht viel... Ich müsste auch mal die erste Runde gewinnen. ... ... ... Okay, fast geklappt. Fast. Fast hätte ich Trigger-heavy. Aber auch nur fast. Das nützt ja nicht mehr. Nee, weil du hast 150. Du brauchst mich ja nur noch abknallen und dann bin ich K.O. Du brauchst doch nicht mal eine Karte mehr. Weiß ich. Komm, mach. Willst du nur spannend machen? Okay, ich hab gewonnen. Mit allen drei Schellen, dann. Jo, ich kann's ja laut sagen. Jo, alle drei. Sehr schön. Das war herrlich. Ist doch nicht gut, ganz böse. Eine Facecam wäre jetzt nicht so gut. Ich glaube, die würde zerspringen. Ja, ne? Komm, ich will eine Revanche haben. Die Katze gerne haben. Ich nehm auch an. So. Okay. Ich bin der Genie im Körper. Ui. 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 In der Hoffnung, dass ich dich jetzt damit kriege. So, okay. Die Spieler wurden gefunden. Sehr schön. Ja. Du hast mich wieder eingeladen. Dürfte ich ja wahrscheinlich wieder dran sein, ne? Ja, stimmt. Mist. Nee, es geht nach der Münze. Ah, nach der Münze. Es geht nach der Münze nicht. Ah, du bist trotzdem dran. Na toll. Ich habe mich immer gewundert, was die Münze hier immer sucht. Du spielst schon so lange und hast es noch nicht mitgekriegt? Du solltest mal wieder einkaufen gehen oder sowas. Keine Ahnung. Oh, Schnurbelbärchen. Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch. Aber wir haben eine andere Location hier. Ja. 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 Und gibt's ihm. Jawoll. Eins auf die Nuss. Zeit zum Aufladen. Nächste Runde. Chancengleichheit. Ich bin gleich von Chancengleichheit da. Aber sowas von. Was denn? Kannst du aber wissen. Ich habe denselben Angriff ausgeführt. Ich habe auch die Karte gehabt. Hm. Ja. Ich ziehe das durch. Ja, ich auch. Ende der Runde. Kampfbereit. So. Ja. Das werden wir noch sehen, Tricky. Nimmst du mal die heiße Hose da weg? Äh. Äh. Du hast keine Lust. Nimm die wieder zurück. Die will ich nicht haben. Nimm. Nimm. Der andere sollte eigentlich Tricky happy kriegen. Aber irgendwie hat sie beide angenommen. Hm. Naja. Was denn? Steht sie doch. So. Jetzt habe ich sie mir selber vom Kopf genommen. Ja. Jetzt kann ich aber nichts weiter tun. Okay. Obwohl das dann nicht der Zerstörer eine gegnische Ausrüstung. Ja. Das ist mir egal. Hauptsache ich habe keine heiße Hose mehr auf der Birne. Ja. Das ist mir am wichtigsten. Hm. Keine Zeit. Ne, verdammt. Ähm. Nimm das! Immer wasser! Hahaha. Hahaha. Okay. Ey. Mein Spyro hat dir nichts getan. Lass ihn in Ruhe. Der ist so lieb. Zurück im Cut. Genau wie ich. Ah ja. Bist du dir so sicher? Ja? Ich bin 2-3. Ja. Ich bin 2-3. Ich bin 2-6. Mhm. 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 Fehlt mir? Fehlt mir noch eins. Mhm. Mhm. Äh. Okay. Wie geschmiert. Wie geschmiert. Ich bin in Fahrt. Ne, fehlt mir ja gar nicht. Geil. Hast du deine 24 Kraft weggenommen? Äh. Ja. Ich habe auch die falsche Karte genommen. Ich wollte ja auch die hier eigentlich haben. Das ist geil. Äh. Äh. Macht nix. Ich mach mich gleich nass, ey. Das war... Ja. Das war die falsche, aber was soll's? Ich mach mich echt gleich nass. Hm. Ey, sag mal. Du bist voll des Wahnsinns, oder was? Lass du bitte meinen in Ruhe? Da drüben gibt einer. Los geht's! So. Hoch wie ein Vogel! Ja. Ja. So. Achso. Hier. Das kannst du ohne haben. Ja. Ja. So. Bitteschön. Gerne. So. Ich zieh mich zurück. Nächste Runde. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt erledigen kann. Zumindest einen von deinen Skyländern. Angemessen für einen Drang! Du bist doch verrückt! Ich hab grad kaputt gemacht! Was soll das? Zeit zum Aufladen! Jetzt geht's auf! Oh mein! Von wenige Wochen schon. Alles klar. Ich versteh schon. So. Ja. Das lässt mir gar keine Chance. Null! 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 Ja! Klingeln in den Kopf! Null! 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 Null. Ey, sag mal, du hast... Das geht nicht. Hallo? Was soll das? Wenn Spar ruhig da jetzt auch schütteln. Dann wenigstens einen. Bei mir waren es vorhin alle drei. Können wir sagen, wie die Runde noch ausgeht. Aha. Hm. Wünscht dir was und staunen. Hm, 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 hm. Genau passend. In mir steckt große Kraft. Okay. Guck, guck. Okay, jetzt hätte ich sie ja erst reinstecken sollen. Äh, na gut. Das war wichtig für mich. Für mich auch. Na gut. Mausüüüüü. Mh, hm. Wasser. Hast du jetzt dein eigenes Relikt zerstört? Nee, eigentlich nicht. Aber irgendwie wollte ich meine eine Karte nicht mehr annehmen Obwohl... ja... Richtig, nicht ganz, aber was auch Na toll Nee, beim Zweifel hast du's kaputt gemacht Ja, ich weiß nicht, wenn ich den den kaputt mache Aber das klappt nicht so geklappt Ich werde zusehen Toll, ich verliere wieder Haierklar Schatz gönnt mir ja gar nix Mh-mh Ich zieh das durch Ja, mehr kann ich leider nicht machen Gott sei Dank Mein Spezialkartengefühl Mh-mh Bringt mir nicht viel Das bringt mir nicht viel Du hast dir den lösen Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh Lass meine Arme in den Genie in Ruhe! Besser geht's nicht! Abracadabra! Besser geht's auf! Gebe her, Gebe her! Fertig! AHHHHH Ich muss ihn jetzt auch verlieren, mein Tregi! Ja, aber hallo, Tregi, für die ich schon volles Fund! Was willst du? Deine Niederlage erwartet dich! Nächste Runde! Hm... Man spießt mir aber auch nicht viel! Ne, das würde ich auch gut meinen! Ich glaube, die Action-Nummer auf! Hm... So, 2-0! Meine Güte, das erste Mal! Nimm mal noch den Tregi! Leute, ich habe jetzt so eine große Lust, ihn zu beißen! Ja! Ja! Aber sowas von! Das erste Mal kein Unterkriegen! Alle beide gewonnen! Yes! Du hast mir versprochen, dass du mich gewinnen lässt! Tinky ist der Tem! Habe ich nie gesagt! Hast du! Hast du wohl! Du hast eine Nase an, die wird immer größer! Nein! Ich habe eine süße, kleine Stups-Nase! Nein! Meine wird nicht größer! Nein! Ah, ah! Das dauert schon 31 Minuten! Wir sollten mal langsam aufhören! Äh, ja! Alles klar! Jetzt schreibt mal bitte in die Kommentare, ob Tinker Baby mich mal gewinnen lassen soll, oder nicht! Das würde mich interessieren! Das war bis jetzt immer unentschieden zwischen uns! Also, irgendeiner muss ja mal anfangen zu gewinnen, ne? Hast du letztes Mal auch schon! Wir haben unentschieden bis jetzt immer gespielt! Ja, aber von den dreien war immer unentschieden! Also hast du dann... Ja, aber es hat keiner klar geworden, wenn wir einen Part gemacht haben in zwei Runden! Ah! Immer 1-1! So, jetzt ist es das erste Mal, dass jemand gewinnt hat! Und diesmal war ich der Glückliche! Ja! Trotzdem bist du fies! Trotzdem bist du fies! Trotzdem! Trotzdem! Liebe Leute! Wir müssen jetzt feiern! Machen wir mal der Part an die Überlänge! Ja! Ich bin trotzdem stinkig! So! Alles klar! Wenn euch das Part... Komm, wir knurren raus hier! Wenn euch der Part gefallen hat, dann liked ihn doch bitte! Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns doch bitte! Das würde uns sehr freuen, dass das Let's Playen macht uns so viel Spaß! Okay! Das war's dann! Tinkerbell? Juhu! Ciao, ciao ihr Lieben! Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht! Bis später! Okay! Bis später! Bye! Sagt eure Solly!